Meine Freundin Yvonne muss heute gegen die Gang antreten in einer epischen Fußball-Challenge. Du musst jeden in einer Challenge schlagen. Oder auch nicht. Ja, wenn nicht, dann kriegst du kein Essen für die nächsten drei Wochen. Lass ein Like dafür mehr Fußball-Challenges mit Yvonne. Au, wir fangen direkt an. Let's go. Als erstes musst du gegen Holzi antreten, den amtierenden Latten-King. Oh, wer als erstes die Latte trifft, gewinnt. Ganz easy. Wenn er jetzt direkt trifft, ist einfach... No, Glück gehabt. Du kannst jetzt direkt ausmachen, kannst direkt Latten-King werden. Ich gebe dir einen kleinen Tipp. Ganz wichtig ist es, die Latte zu treffen. Los. Unter dem Ball. Das ist alles, was zählt. Ah. Ein Stück. Hat nicht viel gefehlt. Du hast Glück. Machen wir mit richtig viel Kraft jetzt. Ja, aber dann schieße ich den einfach nur daneben. Stell dir mal vor, das ist jetzt mein Kopf. Du willst ihn richtig wegtreten. Bam. Schau mal das Tor. Ja, schau mal das Tor. Ich kriege ihn auch oft nicht hoch. Okay, Junge. Bist gerade genauso gut wie Yvonne, Alter. Noch gleich auf. Noch bist du so gut wie der Latten-King. Stell dir mal vor, du gewinnst jetzt gegen ihn, Alter. Das wäre zu krass. Das wäre schon crazy, ne? Ja, deswegen. Ich schränke dich an. Versuch. Ich versuch mein Bestes. Aber gibst du wirklich alles? Ich gebe fast alles. Ja, gib mal alles. Waaah. Ey, ich knick den Ball nicht hoch. Boah, die Robbe, Alter. Boah, der Druck war schon nah, aber jetzt kannst du rausgleichen. Ich bin der Letzten auch auf 11 Meter, wenn das wirklich leicht ist. Uh, Ehrenmann. Okay. Komm schon. Okay. Ah, ganz klar. Ich hab gewonnen. Ich bin der Beste, Mann. Mich kann keiner besiegen. Wirklich? Hast du, hast gut gespielt. Ja. War gut, war gut. Es war einfach ein unferdes Match. Als nächstes haben wir den Fast-Elfmeter-King Fiedert, äh, a.k.a. Mo. Mit zwei von zehn Elfmetern hast du fast gewonnen, ne? Das war extra alles, weißt du? Das ist alles. Schauspiel. Deswegen kannst du jetzt nochmal schön gegen Yvonne verlieren. Jeder 5 Elfmeter mal sehen, wer mehr reinhaut. Ich würde sagen, das ist ein sehr ausgeglichenes Match jetzt. Der Druck ist da, also... Tragen wir schon. Digga, die Hose hängt auch wieder auf halb acht, da, ne? Erster Elfmeter. Boah, sicher in die Mitte gefetzt. Ich kann reinfetzen, weißt du, dann ist vorbei. Erster Elfmeter. Ja, der geht daneben, oder? Sagt doch nicht sowas. Oh, Fiedert, da musst du, glaube ich, wieder los. Ist ja alles hier, Betrug, weißt du? Mach Anzeige, ist raus. Mal sehen, ob du den auch aufs Tor bringst, Mo. Oh, damn. Karma, kommt alles wieder hoch. Ja, das war gerade nicht mal Absicht von Lars, hat man gesehen. Jetzt mal in die Ecken da, in die Ecken fetzen. Okay, ich versuche, aber das schaffe ich nicht. Oh, mein Gott, Alter. Der war stark. Der war besser als die von Fiedert hier. Ich muss jetzt nur hoffen, dass er einen verschießt hier. Boah, bist du sicher heute? Er hätte jetzt schon mehr getroffen, als beim Elfmeter-King. Das war schon sehr gut gerade. Kannst du nochmal so einen rausholen? Ich würde schon jeden Mal nach rechts schießen, aber ich kann nicht. Boah, stark, Firi. 400 Pack Toten aus, ey. Ballermann. Wollen wir jetzt hier einen Ballermann sehen? Boah, stark. 4-4. Kann man nicht sagen. Das entscheidet sich alles am Holz zieht. Boah, oh Gott. Oh Gott. Ganz bitter hier jetzt. Können wir machen. Starke Parade. Kann jetzt der letzte Elfmeter sein, wenn du jetzt triffst. Oh mein Gott. Erste Challenge gewonnen. Nice, fühlt sich gut an. Es war, wie gesagt, Pferdematch diesmal. Als Nächsten haben wir hier Eli. Was machen wir denn eigentlich, hier? Schlafen. Jetzt haben wir was für die beiden Graupen gefunden, und zwar Ecken reindrehen. Ach ja, genau, das meine ich. Bis einer eine Ecke trifft. Also das kann dauern, Leute. Welches Toten? Ja, wie du Auge gemacht hast auf dich. Wollt ja nö, mach doch nicht so laut. Musst du ein bisschen so an den Ball so vorbeischießen. Dass er so ein bisschen angehört. Mit Geodreieck, so, weißt du? Oh, Eli, da hast du schon Eierflattern bei dem Schuss, ne? Oh. Ein bisschen zu weit, Eli. So an dem Ball vorbei, weißt du? So, pschu. Ja, ich versuch. So, pschu. Mach pschu. Du musst dabei pschu sagen. Nein, sage ich nicht. Doch. Okay, so. Und jetzt, pschu. Jetzt pschu. Die Technik, die Technik. Weg an die Technik. Komm, du bist jetzt die Ravioli. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, nein. Zwei Meter zu weit. Jetzt hast du verstanden, ne? Ja, ja, jetzt habe ich gecheckt. Komm, wenn du triffst, darfst du bei PSG spielen, Eli. Bei BSG. Rotato Saint-Germain. Oh, den macht er sicher. Oh, oh, oh. Du kannst ihn auch machen. Dann seid ihr gleich gut. Und denk an's Pschu. Dann triffst du. Pschu. Ah. Eli ist auch krass. Ja gut, dann hat Eli die Challenge gewonnen. Das ist ja echt ehrenvoll, dass du den Eli hast gewinnen lassen. Aber bei mir darfst du dich ruhig richtig anstrengen. Jetzt geht's in die letzte Challenge Volley. Das kann ich. Ja, ich nicht. Und jetzt gewinns, bist du so gut wie die halbe Gang. Oder du hast verloren. Volley Challenge. Ich bin immer noch der Volley King. Aber letztes Mal hat sie mich auch in der Volley Challenge besiegt. Echt? Ja. Tschüss. Okay, dann jetzt Revanche. Okay, fünf Volley. Komm. Ja? Oh mein Gott. Oh, schiech. Schiech. 1-0. Das. Volley, das kann ich. Das zieh ich durch. Geht schon wieder gut los. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Jetzt Spidey Unterzugzwang. Ja. Oh, sauber gemacht, aber ein Stück drüber. Was ist denn los, Alter? Du musst sie auch halt mal aufs Tor bringen. Ja. Nope. Dann hast du ein bisschen nahe in die Wolken geschossen. Ja, egal. Ja, egal. Ja, zwei. Gassam. Oh, Eli. Also das war absolut nur Glück, dass Eli zu faul war zum Rennen. Das ist ein abgesprochenes Spiel hier, glaube ich. Maggi. Oh, nicht schlecht, ja. Gut, Gamma. Der Ansatz ist gut. Okay. Oh, ohne Gnade jetzt. Das ist echt nix. Oh, ohne Gnade. Oh, ohne Gnade, Alter. Eli, alles wegen dir, weil du einmal... 2-1. Gib nicht Eli, du Schuss. Ich habe keinen Mann. Ja, du kannst dich jetzt treffen. Dann easy. Oh, oh. Bam. Oh, la bomba. Nope. Das heißt, wenn ich jetzt treffe, ist es vorbei, ne? Ne, 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 ne. Ich treffe es vorbei. Oh, okay, okay. Noch hast du die Chance. Noch. Ah. Guck dir den Ball jetzt an. Perfect. Oh, out of Norway. Win. Einfach win. Du hast doch gesagt, boah, nee. Es steht 2-2. Jeder hat noch einen. Oh, der hat er. Jetzt musst du auch erst mal treffen. Ah, Junge ist es. Der Gewinner. Der Loser.